Hallöchen, Popöchen! Willkommen zurück zum Fiebertraum namens Harold Halibut und wir sind in der letzten Folge in dieser Energiehöhle abgestiegen. Unsere Helme sind geplatzt und jetzt sind wir in irgendeiner Traum-Parallel-Balla-Balla-Welt. Und wir arbeiten uns voran. Ich will doch nur wissen, wie die Geschichte ausgeht. Ich will es doch nur wissen. Das ist wie so ein Unfall. Man will wegsehen, aber man kann auch nicht nicht weggucken. Weißt du, wie ich meine? Wisst ihr, was ich meine? Ihr versteht, ja? Oh, er war nicht hoch genug. Ja, lasst ein Abo da. Support 3 Mord, Freunde. Kostet euch nix. Mir hilft's. Oh, ein Fisch. Der ist aber größer als der von vorhin. Ja, ich habe ein guter Gefühl über das. Ich habe ein guter Gefühl, auch. Das ist alles. Alles ist bubbly. Haha, wow. Ich weiß, was du meinst. Wie wir sind, wie wir durch die kleinen 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 Buben sind. Und alles ist möglich. Wie ich werde einfach nur durchlaufen. Wie ich will nur durchlaufen. Eine gentle tide, die nur die besten ist für uns. Wir sind so weit gekommen. Und all wir können machen, ist es uns sein. Und sehen, was passiert. Ja. Und wir haben uns sehr viel gelernt. Ja. Aber seit dem alles, habe ich gelernt, dass das Worry macht, dass du weniger gemacht hast. Das Gefühl, dass Dinge funktionieren wird. Es hilft. Ja. Wir haben uns viel gelernt. Humans sind lustig. Aber ich denke, Leben wird mehr interessant sein, wenn wir dich treffen. Ja. Und wir haben uns gegenseitzt. Ja. Wait. Es war nur ich, das war verletzt. Jetzt gibt es ein spannender Zukunft für uns beide. Lots of plans. Wenn wir exploreen und finden neue Dinge. Wunderbar. Wenn nichts anderes. Wunderbar, auch. Definitely. Good things ahead. Aber etwas Schmerz könnte passieren one day. True. I hope no bad things even happen to start with. Me too. But it'll be okay if they do. We'll deal with them together. I want to try even more strange human things. And I'll get good at Karagl and the arty performances. We could make a garden. Like Sighs. Yes. And make new kinds of jam. Oh. I hope so. I really hope so. Whatever happens to the fedora and everyone, I just know it'll work out okay. Okay. And I think okay is enough. two kids night. One more. And one two. One more so. Oneris open dream. wenn ich denn laufen könnte wenn ich denn da bin so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah, es ist du. Was ist hier passiert? Ich war so worried. Ich auch. Aber ich auch wusste, dass ich dich finden. Es sieht aus, dass die Traum-Team wiederkommen ist. Aber wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber ich habe das Gefühl, das ist die richtige Weg zu gehen. Lead die Weg. Wir haben nichts anderes zu gehen. Du denkst, dass wir irgendwo sind? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir sind keine Ahnung. Wherever wir sind, wir sind zusammen. Und das wird eine gute Geschichte machen. Ich hoffe, so. Wir schauen, wie es endet ist. Du fühlst dich das richtig ist? Ja. Nichts? Actually, ja. Es ist strange, aber etwas scheint mir zu gehen. Ich gehe mit der Tide. Ich gehe. Ich gehe. Untertitelung des ZDF, 2020 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 was that am i seeing things oh my god is it really them it's you you came back you're alive we came back we came back bridget hi how are you doing i'm all of you we came back and you've got the energy source oh this thing i yeah i think so this is you know how am i doing do you realize how much of a scare you've given us we didn't want to think the worst but what were you doing down there we chased the dragon oh this is gonna be pretty hard to explain hey how long were we gone anyway oh not very long oh that's good just about two weeks two weeks it felt just like a few hours didn't it were you i wasn't really keeping track sometimes it felt like i'd been down there for a long time and others it was all new like we just arrived look i'd love to hear all about this but it's going to have to wait me and a few of the others have been stranded since the tube system and the broadband connection just stopped the fedora is silent we're on our own out here oh no what are we gonna do we could go to my place for tea thanks we you but i have other ideas i'm sure we'll figure something out if we just work together and harold do you think i've been just twiddling my thumbs the flumilum raffi and i have built a new submarine it just needs an energy source what kind of energy how about the one you're holding follow me let's head to the entrance lake aha so it's the fedora that the strom was super it looks great i never knew you were good with machines too i had some help from raffi but this old gal has some surprises left up her sleeve yet mind if i drive sure i'll handle the systems and help you navigate from the back what can i do oh you get the fun job sit in the middle and man the grabby arm is that uh the technical term for it oh loosen up a bit harold this is going to be fun so we think this vessel will be enough to power it let's find out slot it in and let's rev her up okay let's see what do we have here it should all be pretty intuitive just don't press the eject button okay navigation lever got the sonar display here throttle handle depth adjuster and oh what's this button to oh that must be the yep the wriggle control buckle up everyone let's dive the new sub is so much fun great work bridget thanks well done on bringing back the power source i want to go down there again it was so weird and pretty i think once was enough for me i'd just like to see the underwater rainbow that smelled of jam one more time the what now still nothing on the radio from fedora why do you think they've gone silent could be anything i'd say it was just all water cutting costs again but it was so sudden something bad happened could be yeah trying not to think about it maybe we should take our minds off it oh can we bring fish impressions i'd love to but now probably isn't the time oh hang on we've got a tape back here im achtzigsten stockwerk in dem haus das es nicht gibt in der stadt die es nicht gibt wird dein mädchen stehen es wird warten auf den mann es wird fragen wann endlich wann wird er da sein es wäre so viel cooler wenn das spiel einfach deutsch wäre freunde es wäre so viel cooler man baut doch lieber mehr so ne momente ein anstatt dieses sinnlose hin und her gelaufe das finde ich viel cooler es wird fragen wann endlich wann wird er da sein im achtzigsten stockwerk in dem haus das es ist ein stockwerk in dem haus das es ist ein stockwerk Heiliger in der stadt die es nicht gibt wird es traurig sein Oh oh, das ist so ein Leuchtefisch, der alles anzieht. Oh, das war toll. Do we have any more tapes? Afraid not. So let's please spot the fish. Oh, look at that one. Oh, where? Harold, watch out! Where? I can't see the fish. Ah! Oh no. I'm all poor fishy. Oh no. Why is it frozen? Is the cockpit glass okay? I can't see any cracks. Well, there are some in the fish. This isn't good at all. For the ambient temperature anywhere near the fedora to have dropped far enough for this. What's he doing? Is he not going to get up? What's he doing? Is he not going to get up? Is he closer? They see us. But what's going on in there? Not sure. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. There's no way we're going to be able to dock. We'll have to find somewhere else. Let me think. Yeah. That should work. Okay, we need to make a detour. We'll try docking at Biosphere 4. There's a hull breach from the crash there. Maybe the ice hasn't reached it yet. Where to? I'll direct you. Just keep going around. Well, as you know, the core consisted of two main sections. The engine modules and the agricultural district. Biosphere 4 was the name of the latter. Apparently it even had living fields and livestock during transit. Imagine having all those real animals around. Yeah. But like I said, it was damaged in the crash and deemed too expensive to maintain. I just hope it's still connected to the rest of the modules. Hang on, will you? We'll get you warmed up soon. Okay, keep going this way. It won't be too long now. Oh, I wish I knew what's going on in there. Me too. It's starting to feel pretty strange. What do we do once we get in? Our best bet will be to try and find a security monitor station. So we can get more perspective on what's going on. Gosh. I hope everyone is okay. Wow. When you see the core from out here, it's pretty impressive. They never realized how huge the core was. It's like it's in pain. It's really a shame we couldn't do more with that. It's really a shame we couldn't do more with that. You know? Why haven't we made it into somewhere more useful? I think they tried a few times, but it's such a big space full of super energy hungry stuff. Remember, when the fedora was actually flying, it was able to generate way more energy from the solar sails and... I think I see the breach. Yep, that's it! Oh, and it's free of ice! Perfect! I'll take us in. Could get a bit bumpy. Dude, there was just a giraffe. There are still animals. Oh my God. Wollt ihr mich verarschen? Oh. 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 Oh, oh. 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 Es ist ein Gehirn? Ich wundere es. Aber es klingt wie wie ein Tier. Aber das ist eine dumme Idee. Auf jeden Fall. Es sieht aus, dass die Kraft ist. Herald, kannst du das mit dem Flugzeug verbunden? Es sollte ein paar Jumper-Käbeln in der Öffnung sein. Klar, ich komme. Was ist hier? Wwwwww 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 Wwww Die sind so lustig. Und schön. Ich kann es nicht glauben, dass sie sich überleben, um hier zu leben. Sie denken, dass sie sie zackt? Es muss sich so gut für sie hier haben. Ich bin sicher, dass sie sich entspannt haben. Sie sehen so lustig und schön. Well, ich würde gerne wissen sie besser. Wir sollten wirklich versuchen, die Arcade-Kameras zu bekommen. Ja. Mal schauen. Oh, ich kenne diese Kontrollen. Sie sind wie die in der Filterstation. Ich denke, das war es um Wasser und Filter. Fantastisch. So, du kannst es? Ich denke so. Es würde es benutzen, um die Filterfilters zu kontrollieren. So, wenn ich einfach auf die Monitor-Route-Direktory... ... und es um die Kamera-Feed zu ändern... ... das würde es tun. Okay. Mal schauen, was wir sehen können. Keep cycling durch. Ah, da ist die Agora-Arcade! Wir sollten sie mit ihnen sprechen durch den Tannoy-System, auch. Professor! Everyone! Sie können uns hören, nicht? Wir können Sie sehen. Wir können Sie. Wir sind in der Abandoned Corps. Was ist passiert? Hang on. Mal schauen, ob ich mich auf die Sicherheitskammer-Kammer kann. Wir sind hier. Wir sind hier. All okay? Are you trapped in the Arcades? What's going on? Aye, fei! Ja! Wir sind hier grünt, dankbar Schleppenmeier. Er hat sich mit allen Form-Eier aus dem ersten Augen gut gefallen, als oversized Schmucks zu hören. Er hat sich alles vorbereitet, nicht nur das weißeでも, sondern das ganze Ön. He told you all this? Yes, over the Tannoy, once he'd hidden himself away somewhere. He said it's always been his dream to create the largest winter sport amusement park in the universe. Breeze the sea? Winter sports? From the get-go? All along? So, Slippy is here. He's rudling around, asking me all kinds of questions I don't want to answer. Slipmire, will you please present Flow and Go to the audience, please? Please witness the future of Fedora. Like all the best things in life, it seems simple at first. Then the more you know about it, the more ingenious and brilliant it becomes. It's all a lot of hot air. I'm gonna freeze the water directly under the Fedora. Even water bodies usually freeze from the top down. I don't know. It all seems a bit fishy to me. I thought you said it wasn't a vote. It's not. I just happened to agree with them. I'm making the coolant procedure more efficient than ever. It's going to be able to cover a lot of ground. How does your AC technology work? Maybe I shouldn't tell you every part of it, eh? I need to finish hooking up these tubes for some tests. Are you going to help me or just stand and watch me suffer? Please witness the future of Fedora. So you see, that's the slippy difference. Oh my god, what? Why? Where is he now? Not sure. We all got together here for an urgent launch update. He disappeared and activated the security locks. You okay, Howl? You went dreamy for a minute there. Oh, yeah. Thanks, Wiyu. So, Moreau, what was the urgent launch update? Harold, please. The update was a ruse to get us out of the way. We were never meant to take off with his procedure. He babbled something about how we'd just die in traveling through space, and we may as well have fun in our lifetimes. My god. Can he really do it? Well, he's been developing the tech under our nose, of course, and we've got the raw materials all around us. He said we'd all thank him once the slippy ice paradise was ready. Can you believe it? Okay. We'll get you out of there somehow. Just hold on. Hold on, Harold? Really? That slippery little... I guess you've tried breaking through the revolving door? Yes, you nincompoop! Chris tried already! Even though I warned him, it's security glass, and no amount of handsome muscle would get through it. Listen, you two, you should be able to access the security shutters and the door's control mechanism through the terminal computer. Okay. Let me see. Hmm. There should be one again. Or what? Or how? Or what? What should I do now? Just give me a minute. It's a weird old terminal. You sure you know what you're doing? Nope. Ich verstehe. Es ist ein Schmerz, wenn man etwas braucht. Entschuldigung, Raffi. Kannst du mich überlegen? Ah, gut. Jetzt, was hast du gesehen? Ah! Pop-ups! Es ist okay, einfach sie. Jetzt, was hast du gesehen? Lots of buttons. Of many kinds. Das ist der falsche Tab! Ah, mehr Pop-ups! Stay calm. Just close them. I close them. Ich dachte vielleicht mit Monster-Satom machen. Another Pop-up! You know what to do. Click the middle tab on the top of your screen. Now, what are you seeing? There are two big circles. Looks like a cassette. Okay, great. There should be a small box in a circle connected by an arc in the lower left hand corner. Click them to control the big circles on the right hand side. Okay, great. There should be a small box in a circle connected by an arc in the lower left hand corner. Click them. Oh! Looks like the bar in the middle is filling up. Good. Keep clicking the box in the lower left until the middle bar has filled up. It's finally fully filled now. Okay, so click the small circle on the left until the box underneath the big circles on the right is highlighted. When I click the little circle, the big circles move. Okay, so click the small circle on the left until the box underneath the big circles on the right is highlighted. The box is highlighted now. What are you seeing now? A screen with the diamond shape on the left. Great, nearly there. Click the top of the two buttons on the right. Click the top of the two buttons on the right. Click the top of the two buttons on the right. And then? The box in the middle of the screen should be active now. Click the slim switch in the very center. Click- Clicked. The door segments on the left should be animated now. They are. Did I do it? Go to the rightmost tab on the top of the screen. What are you seeing now? A screen with a key on one side. Great. Choose the REM cup rads around the 50 range. Done. Click go eight. Go click section W7 and open it. Done. You did it. Finally. Good job, Harold. Has that done it? Well done, Harold. My pleasure. Okay, everyone. Let's get to the energy district. If Slippy is doing nefarious science, he's bound to be doing it there. Goi. The tube isn't working, of course. Doesn't look like they're having much luck with the tube. Harold, can you still hear us? We're going to need you to look into why the tube is down. Trat. Now that isn't going to be something we can fix from here. You two. Do you think you can take the sub and try and see what the problem is from the outside? Yep. We know how it handles now. Right, will you? Sure. Let's rev her up. Great. I'll stay here on the radio and help liaise. Okay. Let's go. I'll do the grabby arm. Good luck you two. Be careful out there. Well then. Let's go. Let's go. Oh, it's so bad. I don't really think she's missing a long way back the other way, right? How are you holding up back there, will you? Oh, it's OK. It seems quiet without Bridget. Hey, what are you saying? I'm still on the radio, remember? Ja, viel besser. Warum hat er niemand gesagt? Oder warum hat er niemand realized, dass er so sad ist, bevor alles das passiert? Eine gute Frage. Menschen können sehr entwischen in ihre eigenen Dinge sein, you know? Und manchmal Menschen schlagen ihre Sadness, weil sie nicht mehr wissen, was sie damit machen. Bist du sad, Harald? Oh, danke für Fragen. Nein, ich bin nicht. Vielleicht war ich. Ich werde sad, wenn wir nicht zuhören, Slippi. Ich denke, all of Jemilin wäre schade. Ich werde mein Bestes mit dem Grubby-Arm, dann. Es wird alles gut sein. Wir werden etwas herausfinden, jetzt alle arbeiten zusammen. Das ist der Geist, Sie zwei. Hey, sogar Raffi hilft. Ich bin, noch zuhörst. Na, gut. Aber wenn das alles vorbei ist, Sie alle definitiv haben mir ein bisschen peace und quiet. Es ist ein Problem, Raffi. Okay. Sieht, wir sind nach der Tube Exterierung. Brigitte? Wir schauen, was ist falsch ist. Great. Bleib mir fest. Okay, Brigitte. Wir lesen uns? Loud und klar. Was ist die Situation? Wir sind nach der Agora Arcade. Sieht, wie die actualen Transportation Tube ist geschehen. Vielleicht hat der Eisbürochen. Vielleicht hat der Eisbürochen. Die Druckmürochen von der Eisbürochen müssen oder warpten einige von den Konnexionen. Wie schlecht ist es? Well, die gute Sache ist, die Tube itself ist in einem Stück. So, wenn wir eine gute Grip mit dem Grabber haben, wir sollten reattach die Haupttübe und locken ihn zurück in place. Und die schlechte Sache? Oh, well, es gibt keine extra schlechte Sache. Oh, gut. Gut, gut. Ich denke, wir sind fertig. Aber warte, wenn die Tube zerstört, das ganze Sache wird nicht benutzte. Ich werde es dir in der Lage. Ich werde es dir in der Lage sein. Okay, wir machen das. Ich werde uns jetzt in der Lage sein. Oh, gut. Ich denke, wir sind jetzt zu machen. Ich denke, wie Team Moreau ist. Well, von dem ich kann sehen, sie sind in der Tube zu kommen, eins von eins. Chris ist ein Push-Ups während er ist für sein Turn. Wo sind sie gehen? Well, jetzt sie sagen, dass die Konnexion direkt nicht funktioniert. Oh, nein. Was ist falsch? Ich bin nicht sicher. Es gibt ein paar Dinge. Plus, es gibt es die mögliche von all den Eisbürochen. Hmm. Es scheint, es sei denn nur der direkte Weg zu dem Energie-District, der unterteilt war. Vielleicht eine Malfunction in der Tube-Kontroll-Panel? Oh. Also, was jetzt? Sie sind jetzt auf der Weg zur Zentrale Station. Sie versuchen wieder von dort. Okay. Bleib uns auf, Bridget. Sie geht jetzt nicht wirklich wieder komplett zurück. All this makes you realize, how reliant we are on those tubes to get around now, huh? What did you do before then? Well, we didn't move around us often and I suppose we only went to places we really needed to. So you built tubes to move more often to places you didn't really need to go to? Ah. Yes. It is fun zipping through them, though. The whoosh sound. It takes no effort. Ah, yes. I think I'm glad to have them even with the fines and all the delays. Ah, good timing, you two. Team Moreau has arrived now. So, what was the problem with the tube? Maybe it was just the electronics being affected by the ice? Whatever it was, it doesn't seem to be affecting the whole system, which is a relief. I always ask if such developers that they really played that they played themselves. It's weird. It's weird. Young, young, young. That's probably the solution. Dude, the all-water emergency protocols we baked in. So, it can only be opened from the inside. If he's in there doing something slippery, we've got to stop it. What are we going to do? Good we ask him? Even if we wanted to, the emergency protocols block out the security camps and tannoy. To protect potentially a sensitive all-water corporation activity, he totally isolated himself. Oh, must be nice. No interruptions. Wait a sec, Bridget, didn't you tell me the Agricultural District and the Energy Harvests were connected? Ooh, good thinking. Yep, by the retractable conveyors. If memory serves, the one that connects Energy to Agricultural is near the back of the core. Rafi, what do we do next? You'll need to lower them first from their rooftop storage, then power them up. How do you know all this stuff, Rafi? I did have a life before the arcade, you know. Anyway, ask me about that later. You're going to need to align the belts in a continuous path so you can reach the opening that leads to the Harvest. Okay, doesn't sound too hard. Let's go, Wii U. Such teamwork. I'm like a proud mother hen. Okay, you two. It's time you got going to the Energy Harvest. You're going to be okay here? Yep, I'll stay here to monitor the security cameras and oversee the situation. I hope it's better to watch than those videos, howl showed me. Everyone shouting and then kissing straight after. We hope. Shh. Just stay on your guard. And when you see Slippy, tell him I always knew he'd slip up. Okay, we'll do. So, bevor wir da drauf gehen, mache ich hier einen Cut. Ihr kennt das Ganze, lasst ein bisschen Liebe da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Bye. 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 Bye.